Hallo und schön, dass du mal wieder vorbeischaust in meinem Einfach-Technik-Kanal. Heute in Folge 2 meiner Reihe Super Slicer machen wir ganz einfach hier oben diese Leiste, die Menüleiste und wir schauen uns ganz kurz, was hier unter diesen Icons alles zu finden ist. Also, wenn du darauf Bock hast, bleib dran, ich fange sofort an. In dem Menü hier oben sind unter Dateien natürlich die üblichen Verdächtigen zu finden, heißt Projekt öffnen, Projekt sichern und hier kannst du direkt von einer SD-Karte alles raufschmeißen. Es gibt noch diverse Export-Variationen hier, da musst du einfach mal selbst ein bisschen dich durchhangeln, weil ich gehe jetzt nicht wirklich auf jeden einzelnen Punkt hier ein, weil das ist schon ein bisschen viel. G-Code-Vorschau ist ganz einfach. Du hast einen schon erstellten G-Code. Ich hole jetzt mal irgendeinen hier, zum Beispiel, was haben wir denn da, hier so eine Batterie. Und dann geht ein neues Fenster auf und er zeigt dir dann halt eben die ganze Vorschau deines G-Codes an. Ja, das kannst du dann wieder schließen. Ich will dir aber noch eine Funktion hier zeigen und das ist diese SDL-Reparieren-Funktion. Dafür muss ich mir aber erstmal ein Import hier, ein Objekt aussuchen. Ich habe jetzt irgendeines hier mal ausgesucht. Und falls du Fehler in deiner SDL-Datei hast, findest du das hier unten. Hier steht Hülle, okay, ja. Und wenn da irgendwelche Fehleranzahl steht, kannst du über SDL-Datei reparieren und mal versuchen, diese wegzubekommen. Die anderen Punkte hier unter Bearbeiten zum Beispiel oder Fenster, das sind alles Sachen, Na, warum springt er jetzt hier so kreuz und quer? Das sind alles Sachen, die du auch hier über diese Schnell-Ikens oder über diese Schnell-Tasten hier findest. Es kann aber mal sein, dass du jetzt, ja, jetzt nicht mehr genau weißt, wo finde ich jetzt diese Funktionen. Da kannst du dann natürlich über diese Punkte hier auch auf den einzelnen Punkt dann zugreifen. Was ein Deutsch. Oder halt eben über diese Shortcuts. Die sind auch immer, werden auch immer hier hinten angezeigt. Wenn man das natürlich intus hat, geht das Bedienen der Software natürlich viel, viel, viel schneller. Bearbeiten nun Fenster lasse ich jetzt. Anzeigen ist genau dasselbe. Da wird einfach nur die Anzeige vom Objekt angepasst. Also ob man es jetzt von oben sieht oder von der Decke, von unten, von Front und so weiter. Kommen wir jetzt zum Punkt Calibration hier oben in der Menüleiste. Der ist sehr interessant. Wenn du da drauf klickst, hast du als erstes hier schon mal die Erklärung. Ist leider alles ein bisschen auf Englisch. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt bei dem Super Slicer hier immer zwischen Englisch und Deutsch hin und her springt. Aber, oje, das kann man sich ja immer ein Übersetzungsprogramm ganz einfach übersetzen lassen, falls man da nicht klarkommt. Also nochmal, hier ist die Grunderklärung, was man alles da findet. Und ich schmeiße jetzt mal meinen Halter hier wieder runter und zeige dir anhand vom Temp Calibration, also einem Temperatur Calibration Tool, mal an, wie einfach das Ganze geht. Hier hast du Down and Up stehen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt NB-mäßig, was das jetzt genau heißen soll. Es ist einfach nur, wie viele Schritte er nach oben mit der Temperatur geht und wie viele Schritte er nach unten mit der Temperatur geht. Soweit ich weiß, geht er immer von 200 Grad aus, heißt Down, dann geht er bis auf 180 und nach oben bis auf 220. Hier sind die Steps, da kannst du sagen, in welcher Temperaturstufe es höher gehen soll. In 5 Grad, in 10, in 15, in 20. Jetzt zeige ich dir mal ganz einfach. Ich lasse jetzt mal, ich mache jetzt mal hier 3 zum Beispiel. Gehe auf Generate und der ist fertig gesliced. Das ist komplett fertig. Du brauchst es nur noch zu exportieren und auszudrucken. Hier siehst du, er geht von 180 auf 190, auf 200, auf 210, auf 220 und 230, weil wir ja nach oben hin gesagt haben, wir wollen noch 3 Stufen mehr haben von den 200. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf 15 Grad gehe, Generate, er schmeißt den alten runter und er geht dann bis auf 185, 200, 215, 230 und 245 Grad. So einfach geht das. Ich glaube, es gibt keinen anderen Slicer, wo das so einfach funktioniert. Und genauso sind die anderen Calibration Sachen hier. Zum Beispiel ein Calibration Cube. Hier kannst du nur sagen, ich will das Ganze in den Dimensionen 13, 20, 30, 40. Was das hier jetzt genau bedeutet, kann ich dir mal gar nicht mehr sagen. Hier macht er manche die Infil-Parameter mit rein. Dann kannst du ein Standard Cube hier einfach reinladen oder sogar den bekannten Voron Cube. Und vor allem das Ganze ist fertig gesliced mit deinen Einstellungen. Also so einfach geht das Ganze. Du kannst ja mal ein bisschen selber hier rumprobieren, auch einen Flow-Test. Da zeigt er genau, wie das Ganze aussehen soll. Du kannst das in 10% Schritten, in 25, in 2% Schritten machen. Und jedes Mal ist das Ganze fertig gesliced. Also hier siehst du dann 0, minus 2, minus 8, minus 6. Das Ganze ist hier rechts auch nachzuvollziehen, was er da genau macht. Also einfacher geht das auf keinen Fall um seinen Drucker mal. Sagen wir mal in den Grundeinstellungen richtig einzustellen. Wie zum Beispiel auch hier hast du das Bed-Leveling. Da brauchst du nur auf Generate zu drücken. Und er macht dir hier ein komplettes Bed-Leveling aus der ganzen Sache. Und er zeigt dir sogar an, wie das aussehen soll, wenn es fertig gedruckt ist anhand von dem schönen Bild hier. Also so perfekt. So, das ist ein bisschen zu wenig, zu viel und so weiter. Also ruhig mal ein bisschen rum experimentieren. Denn das ist ein sehr guter Menüpunkt. Unter dem Menüpunkt Generate ist ein Free-CAD-Programm im Python-Style integriert. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt da ein bisschen überfordert, weil ich das noch nicht gemacht habe. Aber du kannst hier deine eigene, wenn ich das richtig verstanden, eigenen CAD-Zeichnungen hier selbst erstellen. Es gibt da auch noch eine Hilfe-Seite, die dann über den einen Menüpunkt hier oben, über diesen Menüpunkt aufrufbar ist. Und ja, da gibt es ein bisschen Erklärung von der ganzen Sache. Also ich bin da, habe mich noch nicht damit beschäftigt, weil ich hauptsächlich mit Fusion 360 arbeite. Unter Konfiguration findest du den Assistenten, den wir in der letzten Folge schon mal durchgearbeitet haben, nochmal wieder. Du kannst das, was im Moment eingestellt ist, auch wieder speichern. Also falls du zwischenzeitlich mal irgendwas geändert hast, hier oben in deinen Druckeinstellungen, kannst du es direkt wieder abspeichern. Diesen Punkt hier weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da der große Unterschied ist. Wenn du das weißt, schreib mir es unten in die Kommentare. Nach Updates suchen und diverse Einstellungen kannst du auch noch hierüber treffen. Aber ich habe da im Moment jetzt noch nichts eingestellt. Ich habe das so gelassen, wie es halt eben von Anfang an war. Sprache kannst du hier auswählen. Und zwar kannst du das Programm in diesen Sprachen hier dir anzeigen lassen. Hier kannst du sogar noch die Drucker-Firmware flashen, falls du deinen 3D-Drucker direkt am PC angeschlossen hast. Und da Hilfe, naja, da guckst du besser mal selber nach. Hier findest du den Konfigurationsordner von deinem Computer. Das kannst du natürlich alles kopieren. Da hast du ein Backup gemacht von deinem System. Ein Problem melden. Die Tastaturkürzel werden dir hier angezeigt. Also da probiere besser mal selber aus, was du da noch alles wissen willst. Ja, jetzt sind meine Leisten hier oben ja verschwunden noch, die auf der linken Seite. Die sind nur sichtbar in dem Menüpunkt 3D-Editier-Modus. Hier über das Plus kannst du eine SDL hinzufügen. Du kannst das Ganze wieder löschen. Du kannst also auch alle löschen. Hier kannst du sagen, stell mir das Teil optimal auf die Druckfläche. Hier hast du dann Kopieren, Einfügen. Also das muss aktiv sein, sonst ist zum Beispiel Kopieren nicht hier wählbar. Also einmal auf das Objekt draufklicken, Kopieren und Einfügen. So, du kannst jetzt jedes Objekt hier einzeln einstellen. Du kannst ihm sagen, ich will jetzt hier, wo ihr Objekt 1 soll, was weiß ich. Hier sind alle verfügbaren Sachen. Das soll schneller gedruckt werden. Es soll, keine Ahnung, was du halt eben brauchst. Wenn du das zum Beispiel jetzt nur über diese Kopie hinzufügen machst, dann wird eine genaue Kopie von dem ersten hier gemacht, die du dann aber auch nicht einzeln bearbeiten kannst. Es sei denn, du gehst hin und sagst, ich will das als separates Objekt festlegen. Schon hast du das Ganze wieder, wie wenn du es kopierst und einfügst. Die beiden Punkte hier, Objekte trennen und teilen, kommen vielleicht etwas später. Ich glaube, das hat mit dem hier zu tun. Dann hast du eine Suchfunktion, falls du mal irgendwas hier suchen willst. Die Funktion, die kommt auch später in meinem Video, wo ich dir die Top-Funktionen vom Superslicer zeige. Und hier hast du die Zurück- und Vor-Buttons. Ja, das war es vom heutigen Video. Ich hoffe, du hast was gelernt. Ich konnte dir vielleicht was beibringen, was du noch nicht wusstest. Wenn ja, lass mir doch ein Abo da oder ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bei Fragen, wie immer, die Kommentarfunktion nutzen. Wenn du wissen willst, welche Sachen noch hier auf dich zukommen in dieser Reihe Superslicer, schau dir das erste Video an. Da erkläre ich dir am Anfang alles, was hier gemacht wird. Falls du mich unterstützen willst, gibt es die Sanks-Funktion. Es ist neuerdings auf meinem Kanal. Schau mal unten in der Leiste. Denn neben dem Abonnieren-Button und dem Like-Button findest du eine Funktion Sanks. Da kannst du mir eine kleine Spende da lassen. Oder in der Beschreibung habe ich auch zwei Links, wo du dasselbe eigentlich machen kannst. Nur auf eine andere Art und Weise. Aber das ist alles kein Muss. Würde mich aber trotzdem darüber freuen. Wir sehen uns, wenn du willst, dann im Video Teil 3. Je nachdem, wann du dieses Video hier schaust, ist ja Teil 3 schon auf dem Kanal zu finden. Wenn nicht, musst du noch ein bisschen warten. Bis dahin. Ciao.